Es gibt neue Geschichten, ich konnt's nicht früher richten, jedoch hier nun heute und für alle Leute. Ich rede von dem Hardy, er trinkt auch gern Bagardi, spielt dann noch Begemon und trinkt dazu ein Lemon. Und Begemon spielt er gern, das sieht man schon von fern, dazu ein feines Bier, dann hört er noch Klavier. Ja, es ist der Hardy, er trinkt so gern Bagardi, er spielt auf einem Ringyboard und das meistens im Akkord. Er würfelt wie ein Meister, da siehst du nur noch Geister, er putzt dich einfach weg von dem Ringybrett. Er hat auch eine Frau, die ist noch ziemlich schlau, sie singt in einem Chor und sagt ihm dann ins Ohr. Ja, es ist der Hardy, der da trinkt Bagardi, seine Frau ist gut, sie macht ihm immer Mut. Sie spielt so gerne Karten, nur im Hintergarten, doch nicht im Wintergarten, da kannst du lange warten. Meist spielt sie mit dem Kim, das ist nicht weiter schlimm, und wenn er schlechte Karten hat, gibt sie spezial Rabatt. Ja, hinter dem Bagardi sitzt schon wieder Hardy, hat er im Spiel versagt, meist viel zu viel gewagt. Groß in der Schuette, zockt er um die Wände, spielt er gegen vier, macht er alle Stier. Nach Spielen muss man zahlen, schon wie bei den Vorfahren, es beißen in die Läuse, sieht er keine Mäuse. Ja, hey! Ha 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 ha